Was treibt ein Menschen dazu, mit einer Krücke auf den Kopf durch die Arktis zu hüpfen? Finden Sie es heraus! Das sind Kirsten Fuchs und Volker Strübing, zwei Schriftsteller aus Berlin. Und das ist die Arktik Janus, deren Kajüter die beiden gegen ihren heimischen Schreibtisch eintauschen werden. Wir baden in einer malerischen Bucht auf Spitzbergen. Wir besuchen Lenin und die Pyramiden. Und verlieren Kirstens Kopf in einer Forellenfischfarm. Wir werden angefaucht von Mutter Erde. Grillen am Vulkan auf Jan Main. Und schnorscheln vor den Ferroer Inseln. Wir lecken Gletschereis am Wattnagerkull. Und finden im Nebel ein Walrosshau. Gestern noch in Berlin und heute schon auf den hölzernen Planken der Arktik Janus, die mehr sympathisch als prächtig ist und damit sehr gut zu uns passt. Das wird das Abenteuer meines Lebens. Da kommt höchstens noch Kinderkriegen ran. Und hier wird wohl der Strom erzeugt, der die Windräder antreibt. Ich möchte einen Walzern fangen. Ich habe einen Walzern fangen. Ich habe einen Walzern fangen. Wir haben das seit mehr als 1,000 Jahren gemacht. Es ist nicht sehr einfach zu stoppen. Ich mag es sauer, ich mag es bacon, wie ein Rostbeef. Das ist die Natur. Es ist ein Schmärter, der in den 1960s gegründet wurde und dann immer 10 Jahre erzeugt. Und jetzt benutzt es mindestens 2x mehr Energie als Reykjavik. Longyearbyen war ja eine Bergbaustadt, wurde als solche gegründet vor gut 100 Jahren. Und dann wurde jahrzehntelang hier Kohle abgebaut, bis in die jüngere Vergangenheit, als es dann mit Forschung und Tourismus losging. Die Zukunft spitsch Bergen schlicht nicht im Kohlebergbau, genauso wenig wie die Zukunft der Welt. Das ist einfach nicht das, was die Zukunft braucht. Für uns war der Klimawandel bis jetzt eher ein akademisches Thema. Hier auf Jan Main erleben wir das erste Mal seine Auswirkungen. Das Eis ist weg. Und die Temperatur ist aufgerüstet. Aber ist das wegen der Golfströme oder wegen des CO2 und so weiter? Ich weiß nicht. Genau. Kleine Luftbläschen platzen. Hoffentlich sind in den Luftbläschen keine Treibhausgase. Dann müsste man das Tauen des Eises verhindern, damit das Eis nicht taut. Da ist das. Da ist das. Da ist das. Oh. Mach's gut Arktis. Bleib so wie du bist. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Norbert hat gesagt, entweder sticht an die Arktismücke oder nicht. Ich hab' einen Stich.